Und weiter Als weiter Im Collegianenau Im Citaro Erstgeneration Loing So ähnlich kann ich so auf Hermus Huch Es war ein bisschen flott Weil der vor allem Stress frei in die Ahrwind Soll er ja machen Nur er selbst Du kannst es nicht machen Wenn er der erste Bus am Tag hat Kann er nicht mit dem Bus Nur er selbst Stehner Jo Ne, noch ein paar Kinder Wilder fahren gerade in die PSO Das ist doch schon viel Leid Fortfahren zum Schaufen Wie viel haben wir jetzt Eins, zwei, drei Drei Vier Vier Leids So Machen wir mal gerade Da auch kurz mit Fahrt Ich hoffe jetzt könnte aber Grün wäre Unrecht Tja Unrecht Tja Ist es Das L Tja Run Uhhh... Wenn ich an die Zeit denke... Wie wir da mit dem D92 schnuffgetuckert sind... Und da jetzt... Mit 85... Aber da mit dem D92... Das waren... Das waren's heute... Ne... Selmolz... Oder mit dem D77... SD77... SD80... SD85... So... Fahrplan-Technisch... Hat's nichts gebracht... Bis zur Häufestelle... Rondorf... A8... Ja, da sind wir pünktlich... 5 Minuten Zeit... Da kann ich den Bus... Da können wir auch rechtwärts hinfahren... Nach 5 Minuten Zeit... Ne... Es geht immer schnell bis Rondorf... Na... Sind zwar ein paar Kurve drin... Da kommt noch die Baustelle... Aber... Du bist schon da... Ist jetzt noch eine Linkskurve... Noch eine Rechtskurve... Dann geht's geradeaus... Überholt schon meistens noch ein paar... Was damals... Ah... Sau... Gefährlich war... Und schon damals... Überholt... Wie wurde's mit dem T92... Und jetzt dreht sich aufs Gas... Und ein paar Sekunden... Bisschen vorbei... Bei unserem T2... Das erste Mal... Dass ich da mit dem T2 fahr... Fällt mir grad auf... Ich glaube... Das modernste... War mir Citaro gewesen... Da steht jetzt... So und soviel Unfälle... Soviel da... Ne... Aber dann... Eieiei... Neun Unfälle... Zwei Jahre... Neun Todesopfer... Gefahr... Gruppe... 50... Gefahr... Man muss 50... Ahja... Nur... Also... Ne... Was heißt nur... Neun Todesopfer... Also... Noch mehr Unfälle... Wo... Leid schwer verletzt worden... Verletzt worden... Oder auch nichts passiertes... Ne... Das heißt noch lange... Die Eier... Auch... Die Eier... Schiefeln... Wie ne... Mit... Das... Eier... Ist doch... Die Baustelle... Da bin ich früher immer durchgeheizt... Wie... 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 Wie der Oberlix auf dem Wildschweinjagd... Ne... Wie der Oberlix auf dem Wildschweinjagd... Die Eier... Zwei... Zwei... Handdruck da... Und hab mich dummer angeguckt... Wie... Wann sie noch nie ein Mensch gesehen hätte... Ne... Ich bin jetzt grad mal guckt... Ob das Mikrofon überhaupt angeschaltet wär... Zwei... Scheiße... Gwähner... Drei Folgen... Achja... Jo... Geh fort... Ne... Jetzt... Vielleicht mit der Musik... Vielleicht ein bisschen leiser machen... Ne... Jetzt geht's... Jetzt geht's eh weiter... An... Le... Zack... Abfahrt... Vollgas... Was heißt Vollgas? Mein Zeit... Wir haben hier noch zwei Minuten Zeit... Aber das hieß noch lange nicht, dass man sein Auto durch die Baustelle schieben muss... Das Schild stand 30... Und nicht... 13... Hast du das verstanden? Ja... Steigen doch schon... Vielleicht ein bisschen... Ne... So... Jo... Hau ab! Reinert noch... Jo... Reinert noch... Nur die Sonne ist grad auf hier... Gungen... Will jemand mit? Na... Will keiner... Hau mal... Hau mal... Hau mal... Hau mal... Hau mal... Sieh mal... Rot... What? Da wären wahrscheinlich... Ar... Ah速 nur... durchfahre du nimmst mir die vorfahrt 20 das ist so wie bei uns die fahren auch über knopfschupp und tirol sie gut aus die läuft auch nicht aussieht scheiße aus nee das ist immer abends und stiegen vor jetzt gucken wir mal ob da offen ah nee das ding hat immer noch ein ding friert zwei stationen was war man sonst mal höhere stadtrundfahrten rohendorf ich sage bei uns auch immer es gibt orte wie wie hoch wie rosekopf oder knopf da fahrst du nimmst in kesehofe fahrst du dreimal links und knopf dreimal rechts und dann fahr ich am selben Ortsingang wieder raus oder in Biedershaus dann sage ich immer mir mache da jetzt eine stadtrundfahrt nur in die Gästhause da fahrst du nur bis zum Ortsingang da ist direkt der Wendeplatz aber es ist wie in kesehofe da fahrst du fünf minuten durch der Ort als brauchst du so fünf minuten bis du da bist wo du fünf minuten fahrst du schon wieder vorher auch fahrst du ne und in knopf sind es auch so drei vier minuten irgendwelch wie das hause sind es zwei obwohl manchmal sind es als sie für acht wenn er zu friezen wie das hause noch paus macht ne ja 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 auf einer Autobahn das lernt man doch in der Fahrschule du drehst auf das Gaspedal bis in der Botte bis auf fünf Meter tiefsloch dann ist ein Fahrer und du schnitt einfach auf einem oder so weißt du fahrst du vorher bis vorne hinaus dann fahrst du rüber ah wenn man rechts überholt so so dann ist noch grad nur Zeit ah ist doch hoher oder wie ist das mit dem rechtsfahrgebot ne hat er scheinbar auch nicht so richtig gelernt brems ist einer hinterher ne ist er nicht ja dunkel ne wirklich dunkel die B'schadose groß bläht juff du fahrst du öpp kannst du nicht hingucken ja jetzt fahrst du schon nicht direkt ganz rüber oder links rüber so ein Idiot da fahrst du vor dem leicht rechts rüber zack du fahrst du bremsen und schön die Ausfahrt mitnehmen dann machst du doch kurz mal Achtung und bremsen und bremsen ihr müsst warten ihr müsst warten würden sie dann da vorne mal fahren drüber komme mir nämlich das fels hoch machen hin das könnte könnte aber dann bleibt ganz dunkel orange hoch hoch ist und der Bus hier drüber schiebe früher war Hammer T 92 grad jo der war eine Befreundigung so wie wenn er zwei Pärde vorn dran hängen hätte ja schade 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 ich sag's nur verstehe du hörst du wild bus bitte alle Parents stimmt nur rot wir haben nur rot die Ampel überlegst du heute überhaupt noch dass du mal grün wirst danke wirklich danke ich bin ihnen zu großem Dank verpflichtet Abgas Jo ich guck zu viel nach Vollgas Jo abgas das kommt raus guck wird wieder rot die Ampel sieht uns es wäre schön wenn du mal grün wärst weil ich muss nämlich auf die Toilette deswegen dränge ich so ne ach gut furchtbar mach mach mal keine Abgas genau ab 3 Sekunden lohnt es sich sanse im Fernsehmog gesagt du hast was veracht du hast so lang wieso ist denn die Dachtatur so versaut versaut ist halt versaut es mir jetzt auch egal ich muss jetzt mal auf den Klo tut mir leid ach gut ich habe die Strasse überlegt tut mir leid sie haben ja den Fahrgäste bitte warten sie doch nicht ansteigen wir fahren noch ein Stück rückwärts danke zack auf kling fertig aus machen wir da schnell auf aus da end ne ja mach halt ich bin da zu mal mal so da so 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 kann man da auch was machen und dann machen wir da so 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 und er fahrt noch also er tut sich macht er noch mal als uns zunächst folgt wieder und daumen auf jeden Fall jeden 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 Fall ich bin 113, ne 115 Abonnenten doch passen den Bus mit Stehblitz würde eh nicht willkommen wiedersehen